Wir befinden uns gerade auf Route 35 und genießen noch einmal diese geile Musik, ja? Einfach herrlich, die könnte ich den ganzen Tag hören. Doch jetzt gehen wir weiter. Wir gehen in Richtung Nationalpark und Richtung Pumke-Atlon-Hallen. Schauen wir uns erst einmal hier um. Ein Käfer-Turnier treffen Liebhaber von Käfer-Pokémon aus dem ganzen Land aufeinander. Ob ich selbst zu einer bin? Nein, ich habe Angst vor ihnen. Heute ist Dienstag, das heißt, heute findet das Käfer-Turnier statt. Die Regeln sind einfach, fang ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Okay, das ist natürlich richtig nice. Wir können hier jetzt sofort das Käfer-Turnier starten. Da bin ich doch dabei. Versuchen wir doch erstmal ein krasses Käfer-Pokémon an Land zu ziehen, ja? Wir versuchen das mal hier. Oh, oh. Du hast ja mehr als ein Pokémon dabei. Da bist du leider disqualifiziert. In dem Fall nimmt dein erstes Team-Pokémon Smetbo am Turnier teil. Okay. Doch, Smetbo ist okay. Das hat starre Spore drauf. Das ist ganz gut, ja? Das nehmen wir mit. Da bin ich einverstanden. Die Pokémon von Merlin werden in die Mülltonne geworfen. Gut, wir passen währenddessen auf die Dinger auf. Hier sind die Bälle für das Turnier. Du erhältst 20 Turnierbälle. Wer das stärkste Käfer-Pokémon fängt, gewinnt. Du hast 20 Minuten Zeit. Wenn du keine Turnierbälle mehr hast, ist das Turnier beendet. Das letzte Pokémon, das du fängst, darfst du behalten. Dann mal los. Fang das stärkste Käfer-Pokémon, das du finden kannst. Na dann mal los. Ich würde sagen, das ist der heutige Part hier. Wir versuchen jetzt erstmal das stärkste Käfer-Pokémon zu fangen. Und dann können wir uns hinterher mal noch hier ein bisschen umschauen, ja? Erstmal hier. Wie wild durchs Gras rammeln. 20 Bälle haben wir und 20 Minuten. Ja, Paras, aber Level 17. Holla, die Waldfee. Sind wir da zufällig sehr effektiv drauf? Ein bisschen Training kann man ja ruhig mitnehmen, oder? Das ist ein Level 17er Pokémon. One-Shot, sehr effektiv. Gibt hoffentlich jede Menge Erfahrungspunkte hier. 170, naja. Naja, wir hustlen. Wir grinden erstmal hier nach dem Käfer-Pokémon. Das sind bestimmt auch noch Trainer, die hier im hohen Gras rumstehen. Da verpasst man natürlich erstmal die ganze Schönheit des Nationalparks. Aber ist okay, ist okay. Wir spielen erstmal das Turnier. Wenn wir zufällig einem Trainer in die Arme laufen, ist auch okay. Aber noch geiler würde ich es finden, hier ein geiles Pokémon zu finden, ja. Ich glaube, die krassen Käfer-Pokémon, Pinsir, Sichlor, kann man hier, glaube ich, bekommen, ja. Und eins von den beiden würde ich schon gerne mitnehmen wollen. Vielleicht, vielleicht haben wir ja das Glück und finden so ein Teil. Aber doch kein Horn-Liu hier. Wenn wir das fangen und das präsentieren, dann fliegen wir hochkant raus. Was wollen wir denn mit Horn-Liu? Okay, er will gar nicht kämpfen. Okay, okay, wir schauen weiter. Weiter an der Wiese schauen. Ein Blutzuck immerhin schon mal. Aber ich glaube, das hat man auch schon außerhalb des Käfer-Tourneers fangen können, ja. Auf irgendeiner Route, glaube ich, haben wir das schon mal gesehen. Na, wo ist denn hier mal ein geiles Käfer-Pokémon? Die lassen ganz schön auf sich warten, ja. Vielleicht zwischendrin doch mal im Trainer reinballern. Ich denke mal, die 20 Minuten sind noch nicht so schnell rum. Steht das irgendwo? Nein, steht nur da, wie viele Bälle wir haben. Kann man hier überhaupt gegen Trainer kämpfen oder sind die jetzt weg? Oh, Safcon. Safcon auf Level 18, ja. Das ist der Käfer-Gott. Der Schutzpatron vom Steineichenwald ist das hier nämlich. Da oben ist noch ein Typ. Ist auf jeden Fall schön angelegt mit dem Spruch. Okay, pinnen sie hier. Halt die Fresse. Pinnen sie auf Level 14. 14. Das ist ja mal richtig nice, ja. Okay, okay. Wir versuchen das mal zu fangen. Wir stachelsporen es erst mal. Und dann fangen wir das. Dann können wir immer noch mal ein bisschen hier, oh, ein bisschen drin rumschauen. Ob wir noch ein stärkeres finden können. Ein höher geleveltes vielleicht, weil... Ja, es geht ja um das stärkste Pokémon. Ich weiß nicht, ob da das Level mit 10... Alter, wir müssen es ja erst mal fangen, ne. Das ist ja hier nicht gerade einfach, ne. Auch geil. Auch geile Musik am Start. Ich habe gerade gedacht, ich habe Flucht gedrückt, ne. Alter. Eins, zwei, komm schon, bleib drin, Junge. Drei und zack. Da ist er wieder draußen. Es hätte beinahe geklappt. Na toll, na toll, ja. Aber... Alter, ich wollte mal... ...leicht eine Konfusion einsetzen, aber nein. Nochmal auf den Ball gedrückt, ja. Drei Bälle sind schon weg. Da müssen wir ja aufpassen, ja. Wir haben nur 20 Bälle, ja. Drei haben wir jetzt schon verworfen. Ja, eine Konfusion hält ja schon aus, ne. Wir sind nur drei Level stärker. Ja, ja, dicke. Dicke, dicke, dicke. Da können wir noch ein bisschen konfusionieren. Noch ein paar Mal draufhalten. Ist okay. Oh, verwirrt. Okay. Okay, da müssen wir aufpassen, wenn er sich nämlich selbst verletzt. Also einmal Konfusion können wir noch machen, ja. Aber Pinzia wäre schon ein geiles Pokémon, ja. Ist schon nicht mehr verwirrt, okay. Aber ist jetzt paralysiert. Das könnten wir schon ins Team aufnehmen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein... Okay, das war knapp. Ob das ein reines Käfer-Pokémon ist oder noch irgendein Zweittyp hat. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall geil, ja. Da würde ich mir gleich mal gerne den Bericht anschauen. Es hat ja leider mal keine Entwicklung hier, das Pokémon. Aber ich finde es trotzdem geil. Okay, ist ein Käfer. Ein Kneifkäfer. Es gräbt sich mit seinen Hörnern. Einen Unterschlupf für die Nacht. Am Morgen klebt nasse Erde an seinem Hintern. Ach ja, ist doch schön. Level 14, ja. 45 KP. Ja, wir müssen mal noch weiterschauen. Vielleicht finden wir noch was anderes Krasses. Das zum Beispiel, ein Raupi. Ein Raupi wäre natürlich auch nice. Nein, Spaß. Das hatten wir schon. Wir haben schon die Endentwicklung Smetbo. Das ist vollkommen okay. Willst du kämpfen? Nein, erst mal ein wildes Pokémon. Ein Bibo. Okay. Aber das würde ich jetzt ungern gegen meinen Pinsier eintauschen wollen, ne? Willst du kämpfen? Nein. Er will nicht kämpfen. Hier oben ist auch noch ein bisschen Wiese. Die Anita. Ja, nein. Wir reden mit den Trainern allen später. Das kommt später. Wir gehen erst mal noch ins hohe Gras hinein. Ins sehr hohe Gras. Und da kommt gleich noch ein Bibo auf. 15. Ja, vielleicht aber ein stärkeres Pinsier vielleicht. Das wäre, das wäre schon nicht schlecht. Aber ich glaube, die Chance, so einen Teil zu finden, wird recht gering sein. Hier gibt es halt den Massentrash, Safkun, Honlyu, Raupi. Die sind alle am Start. Kann man hier alle zuhauf finden. Der nächste Käfer. Nein, nein. Okay. Beim Käfer-Tunior geht das anscheinend nicht, ja? Da kann man anscheinend nicht hier kämpfen. Naja. Auch auf Level 14, aber die Fähigkeit Überbrückung, was, können wir das sehen, was unser Pinsier hat? Oh, nein. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Hat das andere Pinsier auch eine Fähigkeit gehabt? Ah, ich weiß nicht. Vielleicht stand das da. Ich habe keine Ahnung, ne? Ja, komm. Ja, komm. Wir sind doch hier nicht geizig. Ja, wir versuchen es mal zu fangen, ja? Ich kann mich da jetzt echt nicht dran entsinnen, dass das eine Fähigkeit getriggert hat, das andere Pinsier, ja? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Ja, vielleicht auch nochmal Schwächen, ne? Wäre nicht verkehrt. Nein, das klappt so gar nicht. Heubwurf hat das Teil drauf. Okay. Das ist ein anderes Geschlecht. Das andere war männlich, glaube ich, ne? Und das ist jetzt ein weibliches? Das stand, glaube ich, da, ne? Können wir gleich nachschauen. Ja, das andere ist männlich, aber es ist ärgerlich. Warum kann ich das nicht nachschauen? Das ist sehr ärgerlich. Aber okay. Aber ich glaube nicht. Das andere Pinsier hat, glaube ich, keine... Keine... Gibt es Pokémon, die keine Fähigkeit haben? Oder haben die alle irgendeine Fähigkeit? Ich wüsste es jetzt nicht. Ich glaube, jedes Pokémon hat irgendeine Fähigkeit. Wir fangen es einfach mal, ja? Einfach mal einen fangen. Ich denke, das reicht jetzt schon, ja? Noch eine Konfusion wäre vielleicht ein Tick zu viel. Wir werfen den Turnierball auf das Pinsier und hoffen, dass es im Ball bleibt. Drei, komm schon! Yes, das läuft doch! Das zweite Pinsier wurde eingefangen. Hä, ist aber... Können wir das außerhalb des Kampfes nachschauen? Ach, jetzt muss ich mich entscheiden. Das neue Pinsier hat aber weniger KP, ja? Okay. Naja, ersetzt das mal. Es wurde wieder freigelassen! Oi, oi, oi! Können wir das jetzt irgendwo... Hey, kannst du nicht nachschauen, ne? Kannst du nicht nachschauen? Was denn das für Scheiß? Ich hätte gerne mal die Fähigkeiten gesehen, die Stats. Ein Pinsier mit Überbrückung haben wir jetzt. Naja, ob das jetzt so gut ist, weiß ich auch nicht. Allzu tief stecke ich da auch nicht in der Materie drin. Aber okay. Wir haben ein Pinsier mit Überbrückung, ja? 43 KP. Kann die Attacke Geowurf. Aber ich glaube, die hängen vom Gewicht ab, ja? Oder? Geowurf? Gewichtsattacke? Gewicht des Gegners? Glaube ich. Hon Liu auf 16, ja? Der Käfergott ist hier am Start. Den brauchen wir jetzt aber nicht. Gibt es hier eigentlich noch mehr zu sehen im Nationalpark? Oder ist das hier nur die Wiese? Hier ist in der TM. Ja, aber das machen wir später, ja? Ich lasse mich ja schon wieder viel zu leicht ablenken, ja? Ah, das machen wir später. Wir rammeln erstmal noch ein bisschen durch die Wiese. Hoffen, dass wir keine Zecken erwischen. Auf Level 18 ist das hier schon, ne? Also wenn die hier ordentlich Erfahrungspunkte geben würden, wäre das ziemlich nice. Aber es ist nicht so, ja? 170, ja, dafür lohnt sich das echt nicht. Noch ein Blutzug auf 13, naja. Wer hat der kann, ne? Schade, dass man hier nur das eine Pokémon mitnehmen darf. Und nicht mehrere, alle die man gefangen hat. Das wäre cool, ja? Aber kannst du nichts machen, ne? Sichlor! Oh, okay. Hast du auch eine Fähigkeit? Okay, keine, die am Anfang kommt. Naja, ist jetzt die Frage, ne? Sichlor ist das Käferflug? Sichlor könnte sich entwickeln. Ich weiß nicht, ob in der Edition oder Generation. Aber das muss man ja tauschen. Also das fällt auch flach. Ja, ne? Also das ist jetzt die Frage, ne? Ihr könnt mir das auch in die Kommentare schreiben. Welches Pokémon ihr geiler finden würdet für das Team? Ein Sichlor oder ein Pinsier? Ja, ich würde jetzt erstmal bei dem Pinsier bleiben. Und wenn... Wenn es euch doch beliebt... Wir können erstmal nicht mehr fliehen. Verfolgung! Wenn euch doch das Sichlor lieber ist, dann kann ich das auch noch einfangen gehen. Man kann ja beliebig oft jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag am Käferturnier teilnehmen. Aber ich würde jetzt erstmal bei Pinsier bleiben, ja? Dass wir das in der Tasche haben. Man kann da nochmal reingehen. Sich noch ein Sichlor holen. Auf jeden Fall haben wir schon sehr geile Pokémon gesehen. Das steht fest. Eigentlich können wir auch aufhören, ne? Und wir sind jetzt nicht ewig durch die Wiese pushen. Ich denke, das reicht, ja? Wir sind jetzt 14, 15 Minuten schon dabei. Ich denke, jetzt reicht es. Es ist Schluss. Wir erkunden hinterher noch den Käferwettbewerb. Hier ist Schluss. Wir winkeln mit der weißen Fahne. Neun Minuten hätten wir noch. Ja, wir wollen trotzdem aufhören. Wir haben ein schönes Pokémon gefangen. Okay, alle aufgereiht hier. Wir bewerten jetzt die gefangenen Pokémon. Der Gewinner... Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Auf dem dritten Platz, Ast-Trainer Anita mit einem Paras. Schön, das ist das erste Pokémon, was wir hier gefunden haben beim Wettbewerb. Mit einem Punktestand von 274 Punkten. Auf dem zweiten Platz Käfersammler Alan mit Pinsier. Okay, der hat auch einen Pinsier. Okay, okay. Mit einem Punktestand von 280. 180, ja, wie beim Dart. Und der erste Platz beim Käferturnier geht an... Merlin mit Pinsier, yes. Wir haben mit Pinsier abgeräumt, Level 14. Punktestand von 284. Unser Champ des Tages, Merlin, erhält Sonnenstein als Preis. Ein Sonnenstein, okay. Was können wir damit Geiles entwickeln in der Edition? Wisst ihr das? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare rein. Denn ich habe keine Ahnung. Wir würden uns freuen, euch auch beim nächsten Turnier wiederzielen zu können. Möchtest du Pinsier einen Spitznamen geben? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wir können das aber auch hinterher tun, weil mir fällt jetzt kein passender ein. Machen wir später, ja? Wenn das endgültige Teammitglied feststeht, kann ich das gern machen, ja? Erstmal nein. Dein Team ist voll... Okay, erstmal auf die Box packen. Man wird gar nicht gefragt, möchtest du ein anderes auf die Box schicken? Nein. Und ihr bleibt jetzt so stehen. Ich würde mir jetzt mal das Pinsier... Gibt es hier irgendwo ein PC? Das Pinsier würde ich mir gern mal anschauen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo ein PC. Und dann schauen wir uns noch den Nationalpark ganz in Ruhe an. Hier ist einer. Hier ist ein PC. Dann gehen wir mal ran an den Schalter. Wir haben auch noch das Habitag auf dem... Im Team. Aber sonst vergessen wir das, glaube ich, ne? Wenn wir das jetzt rauspacken... Weiß er nicht. Das sind ja momentan feste Teammitglieder. Ja, pack das Habitag mal raus, ne? Ja, auf die erste Box, ne? Ablegen. Brief, bitte! Musst du das Item hier ernsthaft runternehmen? Oh. Dann leg das andere Pokémon ab. Und ich schaue mir jetzt mal das Pinsier mit euch ganz in Ruhe an. Zeig mir mal deinen Bericht, ja? Flüchtet schnell. Ja, ist doch schön. Fähigkeit Überbrückung. Attacken können unabhängig der Fähigkeit verwendet werden. Oh, klingt gut, ja? Wir haben Energiefokus. Ja, bündelt die Kraft und erhöht die Volltrefferquote. Klammergriff. Geowurf. Okay. Richtet Schaden gemäß dem Level des Angreifers an. Also wir sind, glaube ich, der Angreifer. Genau, also je höher unser Level, desto stärker wahrscheinlich die Attacke und Härtener kann es noch. Okay. Ja, nehmen wir mal mit rein, ja? Schreibt es ruhig in die Kommentare rein, ob lieber Sichlor oder ein Pinsier. Kann man immer noch ändern. Und wenn ihr nichts schreibt, dann bleibt das Pinsier auf der Matte stehen. Kann man nochmal teilnehmen? Okay, nein, das ist für heute beendet. Wir gehen jetzt nochmal rein. Wir schauen uns ganz in Ruhe um. Der wunderschöne Nationalpark. Der Nationalpark, ein öffentlicher Ort der Erholung. Es ist natürlich schön, wenn man seinen Pokémon aus dem Pokéball lassen und mit ihm spazieren gehen kann. Aber wenn du den Pokéwalker überträgst, eröffnen sich dir nochmal ganz andere Spielmöglichkeiten. Meine Mutter hat ein bisschen Angst vor Pokémon und lässt sie mich nicht mit ins Haus bringen. Sie ist da sehr streng. Wir haben einen Hundezwinger dafür. Na, Großes losgezogen, du, ja? Die Mülleimer sind wahrscheinlich alle leer, ja? Da kommt gar kein Text. Du hast ein Snowbelly-Cat. So, jetzt mal hergehört, Herrschaften. Oh, Entschuldigung. Ich muss echt mit diesem leerer Gehabe, dieses leere Gehabe loswerden. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Du scheinst sehr hart zu arbeiten. Hier, nimm das als Belohnung. Die Flinkklaue. Oh. Das ist geil. Ein geiles Item. Welches Pokémon ist denn unser langsamstes hier? 34, 25, 18. Togepi könnte das Item, kann man das gleich machen? Item geben, ja? Togepi könnte das Item durchaus vertragen. Sehr geil. Man bekommt hier die Flinkklaue. Das ist cool. Das ist sehr schön. So, hier unten haben wir alles. Gehen wir weiter nach oben. Ich gehe oft im Park spazieren, aber ich meide das Hohgras, weil ich sonst kämpfen müsste. Okay, jetzt. Ah, die hat schon ganz aggressiv hin und her geschaut, die Großmutter. Mein süßes Pokémon ist das entzückendste von allen. Sieht ihr an, wie stolz es mich macht. Und auf was für einem Level seid ihr jetzt? Großmutter Irmgard. Nein, Pokéfin Irmgard ist das. Mit einem Snubbull auf 16. 16, joa. Bedroher. Die Sau hat Bedroher, ne? Aber wir können doch eigentlich speziell ran. Wenn wir denn da Schaden machen. Naja. Oh. Okay, normal effektiv, aber macht ganz schön Schaden, du. Ja, vielleicht hilft die Stachelspore, ja. Vielleicht greift er ja nicht an. Wenn nicht, ich glaube... Äh, Smetbo ist aktuell das Pokémon, was am ehesten im Level aufsteigen muss, ja. Die anderen sind, glaube ich, viel höher. 18, 20, 20. Okay, Pinsir. Pinsir müssen wir auch trainieren. Können wir trotzdem mal nehmen beim nächsten Kampf, ne? Einfach mal anschauen. Aber eine Käferattacke hat das Ding noch gar nicht drauf, ja. Es ist ein Käfer-Pokémon und hat vier andere Attacken. Wann ist da los? Nochmal eine Konfusion. Das Snubbull, das senkt aber ganz schön unseren normalen Angriff, ja. Zum Glück greifen wir nicht physisch an. Und sie hat... Hat Irm traut. Irm gab nur das eine Pokémon oder noch eins. Gibt erst mal 216, ja. Mehr als ein Paras auf jeden Fall. Im Kampf bin ich der Verlierer. Aber in Sachen Stolz bin ich unschlagbar. 1024 Flocken lässt die Alte rüberwachsen. Dein Pokémon-Team ist so unglaublich niedlich. Ich könnte zerschmelzen. Ich sehe, du liebst Pokémon genau wie ich. Ich weiß was. Gibst du mir deine Nummer? Dann können wir ja plaudern. No, das wird lustig. Da freue ich mich drauf, bis du anrufst, ja. Ehrlich gesagt hätte ich gern ein Merrill. Noch eine. Es gab doch schon noch... Ja, hat doch schon irgendein Typ gesagt, da steht auf lauter kleine Merrills, ja. Das war, glaube ich, hier, ne. Ich glaube schon. So, Hut, Hut. Der Hut, Hut, Express. Ja, die wilden Pokémon, denke ich, brauchen wir uns jetzt hier nicht anschauen. Einfach mal im Park jetzt ein bisschen Progress machen, ja. Ich kann eins meiner Pokémon in den Poké-Walker übertragen. Hör. Sich auf ein einziges Pokémon festzulegen ist gar nicht mal so leicht. Ein wunderschöner Springbrunnen ist hier. Willst du kämpfen? Okay, der will auch kämpfen. Pokémon sind ein Fass ohne Boden. Es gibt noch viel, was ich nicht wissen. Aber ich weiß noch mehr als je über du. Das ist klar. Du weißt noch mehr über Pokémon als ich. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Schuhkind Julius mit Myrapla. Na, das ist keine Herausforderung, ja. Windstoß. Ich denke, dann ist das schon kaputt. Ich denke, das reicht, ja. Und zum Abschluss. Ja, wir haben noch... Ich denke, wir können den Park noch schaffen. Wir können auch... Es ist jetzt gerade Nacht oder Abend, wo ich das Video jetzt aufnehme. Wir können gern noch gegen den Polizisten kämpfen. Vor dem Gebäude, wo es in den Nationalpark und Pokéathlon reingeht. Können wir noch mitnehmen, den Kampf. Ganz zum Schluss. Wenn wir das hier schaffen, ja. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch dauert. Auf jeden Fall gibt es noch eine TM zu holen. Okay, okay. Auf Level 15 ist der Gute. Boah, der greift zuerst an. Rest in Peace, Madbo, ja. Kann Pinzi ja hier was machen. Ne, der hat nur eine Kampfattacke, ne. Kampfattacke Geowurf, ja. Boah. Gleich die Volltrefferquote. Ach, scheiße, das ist auch Walzer, ja. Das Ding wird doch immer stärker Walzer, ne. Naja. Sollten wir probieren, das Ding kaputt zu machen. Ah, das macht heftigen Schaden, ne. Es wird immer stärker. Und wir, denke ich mal, wir machen nicht so viel. Oder ein Volltreffer. Wir haben uns doch aufgepumpt, Mann. Oh, killt das uns jetzt schon? Da, Walzer ist so ekelhaft, ne. Schade Schokolade, aber das macht nun rein gar nichts. Toggepi hat eine Flinkklaue, ja. Aber wenn das Ding nochmal auf Walzer drauf ist, das zerfistet uns, glaube ich, ja. Nein, nein, wir halten aus. Aber Sondersensor wird keinesfalls reichen. Das wird gar kein, auf gar keinen Fall, ja. Nein. Flinkklaue, jetzt, jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt ist es soweit. Wie geil. Sehr nice. Das müsste reichen. Das ist ja mal geil. Voltoball down, und das gibt heftig viel, ja. 330. Das ist ordentlich. Und das war's mit dem Julius. Kann er gar nicht fassen, dass er abgekackt hat. Du scheinst gewaltig viel Ahnung von Pokémon zu haben. Du gefällst mir. Sollen wir Tipps austauschen? Ja, immer, immer. Kannst mich immer anrufen. Bei Tag und auch bei Nacht. Joa, okay. 27 Minuten. Gibt bestimmt noch ein bisschen was zu sehen. Und hier geht's bestimmt auf die nächste Route, oder? Ja, das Item ist auf jeden Fall hier noch. Gibt's hier noch irgendwo anders? Was zu holen? Ah, die wilden Pokémon. Die wilden Pokémon. Hutot ist am Start. Ja, vielleicht noch ein paar Tränen allein. Könnte gut sein. Und dann das Item noch. Hier, der Opa will bestimmt auch, ja. Ja, ja, ja. Der Opa will aufs Maul haben. Wir bewundern unsere Pokémon, auch wenn sie uns nicht mögen. Das macht den wahren Poké-Fan aus. Die Pokémon mögen uns nicht. Warum? Weil wir sie per Sklaven. Wir zwingen die Pokémon, in einem kleinen Ball zu bleiben. Warum hat denn der einen Raichu? Was ist denn bei dem falsch? Oh, wenigstens trifft das uns mit Donner nicht so hart, ja? Na, senkt aber erstmal unsere Verteidigung, ne? Das ist schon mal klar. Wie viel machen wir denn mit Kopfnuss? Start, ich denke. Ich hätte ja mal gedacht, es geht. Warum habe ich denn jetzt Heuler eingesetzt? Ich hätte gedacht, bei Elektro-Pokémon funktioniert das vielleicht, dass wir nicht paralysiert werden. Aber okay. Okay. Einfach mal okay. Das war jetzt vollkommen sinnlos. Ich glaube, der greift nur speziell an, ne? Donnerblitz ist bestimmt Spezialattacke. Ah, bitte treff. Ja, ja. Gönn dir. Nehmen wir mal was anderes. Wenn wir hier das Raichu speziell angreifen, werden wir eigentlich nicht von Gartik berührt, ja? Das sollte eigentlich gehen. Oh, das hat aber auch Schaden gemacht. Flammenrat! Es ist deine Zeit gekommen. Ich glaube, das erste Mal, dass wir Flammenrat einsetzen. Ja. Raichu! Weg vom Fenster! Okay. 416 Erfahrungspunkte insgesamt. Und das war es mit dem Wilhelm. Der Wilhelm, der kleine Schelm. Die Mutter. Hat sie wieder irgendeinen Scheiß gekauft? Hallo Merlin, wie geht's dir? Hallo Merlin, wie geht's dir? Ich habe heute beim Einkauf mal ein nützliches Item gefunden und es dir von deinem Geld gekauft. Tut mir leid, ich hab's schon wieder verprasst. Und wir dürfen es wieder abholen im nächsten Supermarkt oder Kaufhaus. Ja, ist doch wunderbar. Aber was gibt's hier jetzt noch zu sehen? Ah, ich muss aus dem Gras raus. Das ist echt und immer nur Hot-Hot. Es gibt wahrscheinlich nur beim Käferfangwettbewerb andere Pokémon in der Wiese. Und sonst hier nur Hot-Hot. Okay, hier steht noch jemand. Hallöchen! Bist du eine Göre? Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf. Mütz aufs Maul? Ja, komm her. Komm mal ran hier. Göre Monika, das ist eine Göre. Mit Myraplan. Okay, aber mit Elektro. Topfnotch vielleicht. Vergiftung? Nein, geht gar nicht. Wir sind paralysiert. Ja, wir können nicht vergiftet werden. Seegesang. Ja, gut. Seegesang füllt was auf. Zwei KP. Wenn wir treffen, sollte es reichen, ja. Reicht nicht mehr. Es heilt sich, okay, aber nur nicht viel, ja. Könnte vielleicht doch gerade so. Natürlich nicht noch ein KP. Der musste stehen bleiben, ja. Das ist Pflicht. Noch mal Absorber. Ich hoffe nur, wir treffen jetzt, dass das nicht allzu lang dauert. Wir sind schon über der Zeit. Zeit ist abgelaufen. Raus aus dem Park. Gut, wir haben es. Oder hat er noch ein Pokémon? Oder sie? Hat die Göre? Die hat, glaube ich, zwei, ne? Erstmal Level 19. Und ein Trug. Okay. Die hat ein Tragosso. Ja, aber da können wir mit Elektro nicht viel machen, ne? Wasser wäre jetzt oder Pflanze haben wir aber alles nicht, ne? Ja, Heiko. Heiko, komm mal rein. Und schauen wir uns mal an, ob wir da was ausrichten können. Oh, Level 17 ist der auch noch. Können wir hier mit Step, Flammenrad, irgendwas drehen? Oh, Knochenkeule? Ja, war klar. Ja, Gestein, ne? Gestein trifft uns natürlich. Mörderisch. Ja, da muss Heiko halt da hingehen, ja? Da muss er halt draufgehen, wenn er will. Nein, Volltreffer, das ist geil. Du hast mich gehört, Junge, ja? Heftig, 300, aber auch nur, ich hätte gedacht, es gibt mehr. Nur 316 von der Göhre, Monika. Na, dann mach's gut und ciao. Ach, sie will auch meine Nummer, okay. Dann tauschen wir auch mit dir die Telefonnummer. Und dann haben wir hier eigentlich schon fast alles, ja? Ich denke, warum rufst du dich schon wieder an, Mutti? Mutti, lass mich. Mein Abenteuer. Hat sie doch gerade schon angerufen, ne? Das ist doch nicht mal eine Minute her. Wahrscheinlich, weil ich gerade wieder Geld gewonnen habe, ja? Im Kampf. Ich bring das Geld rein und sie gibt's aus. So, wie kommen wir denn überhaupt hier raus? Hier oben steht noch jemand. Oh, ich? Man merkt es vielleicht nicht sofort, aber mein Körper ist überall mit Pokémon beladen. Wenn ich mit diesen Dingern durch die Gegend spaziere, klappert und rasselt es bei mir im Schlüpfer. Das ist doch schön für dich. Aber wie kommen wir denn? Geht's hier? Links? Nein, wie kommen wir denn da rauf? Hier? Nein, auch nicht. Hier, 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 hier. Game Boy. Ich hab meine Faust entschlossen und den Pokowoker geballt, damit ich durch den ganzen Park gehetzt, oben zur Watt, um Watt zu sammeln. Und jetzt bin ich fix und fertig, Co. Nix weiter los, yeah. Ey, wir holen jetzt erstmal hier unten das Item, ne? Gibt's hier auch was? Ja, Kraxler. Okay, da kommen wir nicht hin. Was ist denn das für eins? Die Sanftglocke. Die könnte uns natürlich helfen, um Togepi weiterzuentwickeln, ja? Da können wir vielleicht die Flinkklaue dann nochmal runternehmen von dem Guten. Und dann erstmal die Sanftglocke draufpacken, bis es sich entwickelt. Oh, hier ist auch noch was. Doch nicht der Baum. Schaufler. Heftig. Also, was es hier jetzt gerade gibt, das ist echt nice. Ist hier auch noch was? Nein. Okay. Okay. Was kommt hier aus dem Baum raus? Nichts. Tote Hose hier. Aber das war ja schon im Steineichenwald so, ja? Da kam dann, glaube ich, ein Saftkorn raus am Ende des Tages. Gibt es hier irgendwie geile Pokémon aus den Kopfnussbäumen? Ich meine, du kannst ja hier jeden Baum anreden, na? Geht ja überall. So, und zum Partabschluss gönnen wir uns noch ein Match mit dem Polizisten, wenn er denn Lust hat. Und dann machen wir im nächsten Part weiter und schauen uns mal die Pokéathlon-Hallen an. Aber ich glaube, da gibt es wieder irgendwelche Spezialwettbewerbe und das ist eigentlich nicht so mein Ding. Müssen wir mal schauen, was wir da machen können, ja? Wie sieht es denn überhaupt aus im Schneckenhaus hier? Oh, okay. Nicht so prickelnd, ja? Naja. Naja, naja. Ach, komm, einfach mal rein. Scheiß drauf. Was haben wir denn zu verlieren? Die Nacht steckt voller Gefahren. Und jetzt haut er uns aufs Maul. Zwei Pokémon hat der Dirk. Foukano. Sehr geiles Pokémon. Level 14. Okay, Bedroher. Den normalen Angriff senkt er. Dann sollten wir mit Donnerschock dies an... Donnerschock angreifen. Wie viel macht der? Aha, okay. Wenigstens können wir auch eine Para draufhauen. Sind wir gleich auf, Kollege, ja? Nur habe ich schon weitaus weniger. KP. Oh, Mann. Du auch, komm. Oh, Mann, der trifft. Eine Sau. Kannst du es bitte killen? Fünf Level. Wir sind fünf Level stärker und das reicht einfach mal nicht. Gibt aber ein bisschen KP wieder. Das heißt, wir könnten noch eine Glut aushalten. Und jetzt müssen wir treffen. Wir treffen. Und haben Foukano das Gehirn gewaschen. Es ist down. So, und was kommt jetzt? Das können wir aber bestimmt nicht mit Vati machen, ja? Das nächste. Noch ein Foukano. Da müssen wir aber raus. Machen wir das? Ja, guck mal. Mit Togepi, ne? Was bleibt da anderes übrig? Heiko ist auch schon ziemlich beschwächt. Noch eins auf Level 14. Ja, wir greifen mit Sondersensor speziell an, ja? Können es aber auch noch einschläfern, ne? Okay, Flinkklaue. Flinkklaue ist schon nice. Gehen, das war richtig voll. Alter, ja, das Foukano fällt schon fast vom Mundgeruch von Togepi um. Es ist schon total verwirrt. Oh, oh. Oh, Mann, 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 Mann. Togepi ist jetzt down. Das zieht doch mehr als vier KP ab, oder? Das hat auch keiner kommen sehen, ja? Dass er jetzt die Verbrennung zündet. Ja, aber jetzt machen wir das mit Heiko, ja? Kopfnuss. Hau eine Kopfnuss drauf. Ciao, Kakao. Wie viel gibt das? 273. Reicht nicht für ein Level-Up. Und dann haben wir es für den heutigen Part geschafft. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denn dann gehen wir in die Pokerathlon-Hallen. Und Mutti. Mutti hat schon wieder mein Geld verprasst. Also der Paketbote hat dann ordentlich zu schleppen, wenn wir das nächste Mal im Kaufhaus sind. Also, bis zum nächsten Mal. Peace, dann und tschüss. Tschüss. mich. Übers. Untertitelung des ZDF, 2020